hallo ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für mittwoch den 30 november 2022 damit den letzten handelstag im november und ja unser drache vom vortag sah dann doch gar nicht mehr ganz so gefährlich aus war dann doch relativ ruhig verspielt hin und her ein bisschen da würde bestimmt ein paar opfer könnte man sagen gefunden haben die sich davon seitwärts ein bisschen triggern lassen haben oder ködern lassen haben an sich ist aber nicht so viel passiert wir hatten besprochen dass er ja durch das aufsetzen auf der karte bestimmt ein bisschen höher rein kommen kann dass es aber nicht hinweg täuschen soll dass er auch noch unter den montag noch mal drunter setzen kann weitere tiefs nachliefern kann das war eigentlich das was wir erwartet hatten das hat er auch getan aber ihr seht dass hier per stundenschluss wurde das immer wieder ich gehe mal hier ein bisschen näher rein das sieht man ja kaum ja das wird immer wieder hochgezogen und ich sag mal aus der situation jetzt nur ein vormittags tief knapp und dann montag drunter und dann nachmittag weiteres tief verteidigen das gibt natürlich auch gewissermaßen jetzt eine chance nach oben für eine konterbewegung also selbst wenn man es als dreieck hier werdet oder wie auch immer hätte er jetzt zumindest schon gute karten oben raus zu platzen aber er muss dafür mindestens mal über eine 445 drüber dann ist die alte 480 auch wieder wichtiger punkt wo es sich immer gerne mal drauf aufgehangen hatte aber wenn er 445 knackt und 480 stehen die chancen eigentlich gut dass wir das gäbe zu kriegen oben im bereich um 545 und wenn er das einmal geschafft hat ja mein gott dann kann er auch wieder weiter ziehen im trend 600 und dann ist das hier schon fast wieder erledigt ja also die tatsache dass wir dienstag die neuen tiefs erstmal nicht angenommen haben nur ein kleines wirklich als der hat ja nicht mal meine 315 getroffen das ist ganz knapp davor gewesen ja Wo war hier das tief Wartet mal So ein bisschen unterschiedlich offenbar auf den indikationen aufgefallen Wir haben hier das tief stehen auf 327 also knapp 15 punkte vorher Ja ist zu wenig da muss mehr kommen sollte Aber diese chance die ja jetzt nicht nur wir sehen sondern die alle jetzt Da sitzen also jeder der technisch analysieren kann weiß jetzt okay er hat jetzt die neue tiefs nicht angenommen das heißt es ergibt sich jetzt erst mal eine chance nach oben nutzt er das nicht Und zieht stattdessen hier drunter kann das natürlich umso brisanter den werten Ja weil dann wirklich druck auf den teppich bringen kann ja und man könnte jetzt schon anfangen hier kleine sks letztendlich rauszustrecken wo man aufpassen muss Weil die tiefs zu verschachtelt sind also es ist zu hoch Das ist wenn er nur ein mustern einem übergotteten muster soll aber egal sein das heißt wenn er uns unten drunter kippt unter 330 Würde schon sagen aufpassen im dax wirklich aufpassen der kann im zweifel dann 280 250 haben wir gestern schon drüber gesprochen aber eben auch hier Wenn 150 bis 31 30 Relativ direkt anlaufen ja und wenn er in dem bereich nicht sich gefangen bekommt dann 13 900 wahrscheinlich nächste anlaufstation also unterhalb von 13 1 Oder 14 130 muss ich aufpassen dass ich mit den tausendern nicht durcheinander kommen Ja also grundsätzlich eine chance nach oben aber es knüpfe ich an eine bedingung ich sage jetzt nicht der markt muss morgen steigen Ich sage nur dass er eine chance hat wenn er denn auch 445 überwindet dann die 480 cool macht dann kann er über 500 Okay, ich ja wieder in die 545 rein 600 rein meinetwegen sogar bis 830 Dann dann hat er das vertan seine chance weil er eben zum dienstag hier keinen tiefs nachgestellt hat Also nicht verkauft er hat es die tiefs nicht verkauft bringt er uns das jetzt aber verzögert über den mittwoch startet schwach rein und zieht ihr direkt knallt hier direkt runter Unter 330 dann würde ich schon sagen rechne ich mit 250 280 Aber auch mit 150 130 Ja Und wie gesagt wenn das nicht hält Ist auch tieferes durchaus möglich so 13 900 wäre realistisch naja und von daher wird man wahrscheinlich schon gut ich sag mal Zehn ohren bestimmt schon Einen sehr guten eindruck haben wohin der tag gehen kann Da muss man sich nicht es gibt immer viele die tun sind so der machte kein höheres hoch da machte kein tieferes tief und die leute Die treten hinten her hinten her hinten her hinten her und hin und her machen die taschen der ja ohne neue signale im chart und da muss man ein bisschen aufpassen dass man dass man Ja dann Na range nicht auf den leiden geht weil das ist dann Rain channel das ist seitwärts phasen kommen immer wieder und Kann man eigentlich gut vermeiden indem man einfach gucken wo entstehen neue signale Ja hier sind jetzt so gesehen erst mal keine neuen entstanden daher wird wichtig 445 nach oben Oder 330 nach unten Na dazwischen für mich Neutrales gebiet Oberhalb wird es positiv unterhalb wird es negativ ich mache jetzt zu wünsche euch viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin Tschüss